KOKOMELON Den Müll sortieren wir. Das Plastik kommt in die Plastiktonne. Das Plastik kommt in die Plastiktonne. Das Plastik kommt in die Plastiktonne. Den Müll sortieren wir. Dieser Karton hier, wo kommt er rein? Er ist aus Pappe. Wo kommt er rein? Dieser Karton hier, wo kommt er rein? Den Müll sortieren wir. Die Pappe kommt in den Pappcontainer. Die Pappe kommt in den Pappcontainer. Die Pappe kommt in den Pappcontainer. Den Müll sortieren wir. Die Dose hier, wo kommt sie nur rein? Sie ist aus Metall. Wo kommt sie nur rein? Die Dose hier, wo kommt sie nur rein? Den Müll sortieren wir. Metall gehört in den Metallcontainer. Metall gehört in den Metallcontainer. Metall gehört in den Metallcontainer. Den Müll sortieren wir. Das runde Ding, wo kommt es nur rein? Es ist aus Glas, wo kommt es nur rein? Das runde Ding, wo kommt es nur rein? Den Müll sortieren wir! Das Glas gehört in den Glaskontainer Das Glas gehört in den Glaskontainer Den Müll sortieren wir! Und dieser Apfelrest, wo kommt er rein? Was Nahrung mal war, wo kommt das hinein? Und dieser Apfelrest, wo kommt er rein? Den Müll sortieren wir! Die Essensreste kommen in die Biotonne rein Die Essensreste kommen in die Biotonne rein Den Müll sortieren wir! Unsere Welt tut Mülltrennen gut Unsere Welt tut Mülltrennen gut Unsere Welt tut Mülltrennen gut Den Müll sortieren wir! Die Essensrein der Mälder Die Essensrein in den Gäste Die Essensrein in den Gäste